Welcome at the Telekom Shop. Please come in. Ciao, willkommen zu der Telekom. Wir freuen uns in den Interview. Hallo, willkommen bei Telekom Ausbildung. Schön, dass du da bist. Komm rein. Zur kaufmännischen Ausbildung gehören sowohl Herausforderungen als auch Eigenschaften, die man in den Beruf mitbringen sollte. Dabei stechen Offenheit und selbstständiges Arbeiten besonders heraus. Folgende Herausforderungen begleiten dich in deinem Alltag. Zum einen ist es das Arbeiten mit unseren verschiedenen Systemen, aber zum anderen sollte man auf dem meisten Stand bleiben. Die Telekom unterstützt dich mit verschiedensten Schulungen bei deiner Weiterentwicklung, ob im Homeoffice oder vor Ort. Du willst auch eine überdurchschnittlich gute Vergütung, flexible Arbeitszeiten, ein krisensicheres Unternehmen? Dann bewirb dich jetzt als Nachwuchskraft bei einer der besten Ausbilder in Deutschland.